Wie heißt denn der Tribe überhaupt, in dem wir drin sind? Momentan noch Tribe von Bimi. Ich würde ihn dann gleich mal noch umbenennen. Der Flotte Dreier und immer wenn wir einen dazu bekommen, passen wir die Zahl an. Der Flotte Vierer, Fünfer, Sechser und so weiter. Ja und dann, wenn das selber offen ist, der Flotte Fünfziger, der Flotte... Da wird es wie übelst so orky, Alter. Schon wenn's Metall reinfindet, wird er super. Oh, da ist Metall drin, Alter. Gut, ab in die Schmiede. Man, man kann doch schon jetzt mich wie herstellen. Jo, das ist ja geil, aber dann könnte ich mir einen Crossbow machen, da hätte ich eigentlich Bock drauf. Ja super, immer drücken. Wut? Wut? Wut, wut, wut. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. So, wir vielleicht. Mit der Spitzhacker, ja? Wer hat Spitzhacker? Fack, wie ihr noch nie gehackt habt. Du kriegst zwar Sachen, das bringt dabei raus, aber... Ui, die haben Steine abgebaut. Juuu. Ich hau die Steine mal weg, gell? Wobei ich das nicht mal so unrealistisch finde, dass die Steine so lange halten. Also das macht schon Sinn, so riesig wie die sind. Jo. Also da ist es sogar realistisch, ne? Da kann man ja nicht mal meckern. Also realistischer ist ein Dodo, der 20 Tonnen Fleischkunde oder so. Ne, wir bauen jetzt wirklich was ab hier. Alter. Das ist Beam-Power. Yeah. So, ich werd mal eben den Tribe umbenennen. Guck mal auf die Erfahrung, die wir kriegen, dieses Ernten. Ja, das geht jetzt schnell. Also das müssen wir vielleicht echt nochmal runterstellen dann irgendwann oder so. Und dann nochmal den Surfer misetten. Ne, die Erfahrung find ich okay. Also das ist ja Hardcore. Ja okay, haste recht, haste recht. Aber das abernten, das sollte ein bisschen langsamer gehen. Warum eigentlich? Ah, hier. Ich hab gedacht, das wird ein Speed-Server. Na okay. Und wenn die dauernd sterben die Leute, wenn es BVB ist und alles mögliche, denk ich mal, ist das gar nicht mehr so schlecht, dass man sich innerhalb von einer halben Stunde neu aufbauen kann. Jo, schon auch wieder. Wie die Bekloppten hier. Kann man irgendwie immer meine Axt kaputt gehen? Ich hab schon drei Metall. Ich hau in die... Oh, ich kann mich nicht bewegen. So, ich mach mal noch ein paar Pfeile eben. Pfeile, 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 Pfeile. Wollen wir wenigstens noch Schlafsäcke? Andi, bringt ja nix mehr. Bringt ja nix. Die Schlafsäcke lass ich irgendwie nix mehr los, ne? So, ich denk das reicht das, ne? Ich hab dreimal Metall. Okay, hau mal das rein. Wenn fünf Metall rauskommt, kann ich nicht viel machen. So, den Fallschirm hab ich auch erst mal wieder weg, der stört. Ne, ich würd ja dann mal ausprobieren, den behalte ich. Ja. Den behalte ich mal. Oh, ich brenne. Ja, schon, komm. Team Test ist erst mal ein Fallschirm. Wie meinst du das? Wie meinst du das? So. Ah, beam, ein Tipp. Äh, oder Lutz, öffne mit F. Ja, ja, ich weiss, ich hab's. Ich wollt' so's sagen. Wieso, kann ich mich bewegen? Hast du noch schwarze Bären? Jo. Ich auch mal eben. Ne, ich hab' die da reingetan, glaub' ich, in... Na gut, Ding. Der will ab. So. Aber ich sähe mir das auch richtig cool vor, dann, wenn wir wirklich mal auf ner neuen Neptun spielen, wenn das dann kompatibel ist und funktioniert, weil da gibt's schon richtig geile Maps mittlerweile. Das Problem ist nur, die funktionieren oft noch nicht. Weil sich dann vom Hauptspiel die Versionsnummer ändert, da wurde was geändert und dann sind die inkompatibel. Aber irgendwann, Leute, können wir dann auch ganz coole neue Maps machen, weil ich ganz viel mache. Da freu' ich mich drauf. Freu' ich mich richtig drauf. Okay, ich kann jetzt hier, ähm, elektronische Platinen bauen. Und Polymere. Das ist ganz wichtig im Early-Game. Brauch wer Polymere? Was kann man, was kann man mit Polymere machen? Ähm, das brauchst du halt für alle modernen Sachen wie, äh, hier, ähm, Gewehre und, also hier, Sturmgewehre und so. Alles klar, okay. Es gibt ja auch ne Mod, ähm, die, die fahrer der Lutz total, also der will die irgendwann mal spielen, diese Steinzeit-Mod, ähm, wo man wirklich wie in der Steinzeit spielt und keine Gewehre hat und so, wo alles ein bisschen realistischer gehalten ist. Können wir irgendwann auch mal ausprobieren, irgendwann mal. Müssen wir mal gucken. Aber da müssen wir mal gucken, vielleicht, ähm, vielleicht auch mal mit dem Hirnsturz noch, dass wir irgendwie zwei verschiedene Tribes machen, dass wir uns auch im PvP mehr absprechen können, irgendwie sowas. Wir haben da superviele Ideen und superviele Pläne. Das ist halt immer noch ne Zeitfrage. Und das hat sich ja gerade angeboten, weil das zeitlich jetzt nicht ganz so aufwendig ist und trotzdem interessant. So, ich mach mal Gewicht weiter hoch. Ja. Oder? Oder helf. Ich mach helf. Also ich sag, ich werd den, äh, äh, Charakter voll auf PvP-Skillen putzen. Ähm, ich mach euch mal irgendwie zum, zum, äh, zu, äh, Admin, damit jeder einladen kann. Und dann, falls einer überlebt, macht das wahrscheinlich Sinn, könnte ich mir vorstellen. Jo, das stimmt. So, Sergson, hab ich? Du hast auf jeden Fall einen geilen Blick drauf, Alter. Ja, Mann, ne? Hab sich gemacht. Schlafzimmer finden den Blick. Ja, Sergson, das ist, ja, dass du den Blick gewohnt bist. Von dir? Na klar. So, äh, dann mal Jan. Ganz schöner großen Unterschied zwischen euch beiden. Machen wir mal los, Jan? Du redest. Was? Aber lass uns dann mal möglichst schnell irgendeinen Dino-Tame, also für jeden einen Reit-Dino. Das wär sinnvoll. Kann ich jetzt schnell, äh, das wie viel herstellen? So herstellen? Klar. Na, hinstellen. Ja, ich hätt' die halt mitgenommen und dann wenn wir uns neues Lager holen, wo wir Metall haben. Äh, wir haben hier schon eine Schmiede und alles. Ja, hause hierhin, hause hierhin. Ich komme, Jungs! Juhu! Nee, nicht Jungs, Mädels. Juhu! 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 Lasst uns shoppen gehen! Lasst uns in die City gucken! Ja. Juhu! 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 So, hier! Auf in die Wildnis! Jo, ähm... Okay, Lutz, lauf vor. Wir machen... Eigentlich... Ja, Lutz, lauf mal vor. Auch wenn du über Kleinste bist. Der im schnellsten untergeht, aber egal. Und halt mal Ausschau nach Dinos. Also nach Raptoren. Oder so irgendwas, dass wir dann bisschen schneller laufen können. Das wäre angenehm. Hat einer Nacko-Pfeile? Ich hab nämlich keine Nacko-Pfeile. Äh... Ne, die sind noch... Ich hab zu wenig wahrscheinlich. Ja, wisst ihr was? Ich geh nochmal schnell zurück und stell mir noch ein paar her. Ich hau dir gar kein Fleisch rein. Ah, ich brauch nur mehr Bären. Ich brauch nur mehr Nacko-Pfeile. Nacko-Pfeile... Nacko-Pfeile... Eine liebliche Stimme. So, helf. Alter Schwede, was wir jetzt hier alles herstellen können. Da muss ich mir erst mal eine Ruhe dann alles anschauen. Nee, das ist so unfassbar viel. Das ist wirklich heftig. Und Chitin... Ey, wir müssen unbedingt mal Skorpion finden, weil dann können wir uns alle ein komplettes Rüstungsset aus Chitin machen. Ja, wahrscheinlich kannst du dann... Ja. Tausend Zementing-Faced machen aus einem Skorpion. Jo. Jetzt Feile. Ey! Da kann man nämlich auch recht schnell hier das andere gute Zeug machen. Mhm. Die Steine... Legt eh einer herum, das heißt, du kannst da mal 80 Steine aufheben mit deinem Scheiß. Ah, du kannst jetzt hier auch Tripwire-Alarm, das ist ja auch nice, ne? Die sind absolut kacke. Aber die machen halt... machen die Sound, wenn du reintrittst, oder was? Ja. Aber den hörst nur du, weil... du bist kaum bis zu 10 Meter weiter weg, hört das niemand mehr. Jo, Leute, können losliegen. Ich hab jetzt 11 solche, äh, Betäubungsfeile. Am besten als nicht. Ich hab... Ach, 6 Betäubungsfeile jetzt. So. Aber für einen Raptor... Ein Raptor kann man auch mit der Faust machen, würd ich sagen, oder? Mhm. Mhm. So, wartet, ich komme, äh, halt! Jo, ich lau' vor. Lauft einfach mir in der Ehe. Ich bin noch, bin noch gut hier im Vorlauf. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Ähm... Alter, ich... Alles klar, komm, 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 komm. Alles krass, weil hier zum Beispiel war ich echt noch nie gewesen, ne? Oh, ich bin größer als du. Haha, ich bin der größte in der Runde. Mhm. Aber auch nur körperlich. Du weißt, das kommt nicht auf die Größe drauf an. Ich bin das geistige Genie dieser Gruppe her. Hm. Ich weiß nicht, ich fand die, ich fand die Idee echt gar nicht so schlecht, dass Lutz nicht in einem Tribe spielen und du ganz alleine ohne uns. Haha, ja, aber wie peinlicher wär's dann, wenn ich trotzdem erfolgreicher wär? Ja, warte mal. Daneben. Komm, die? Leute? Ja, er hat versucht zu ziehen. Ich hab ja extra daneben geschossen. Das hätt ich jetzt auch gesagt. Irgend so was stirbst hier. Außerdem hätt ich den Feier verschwenden und hätt ihn nicht wieder aufsammeln können. Ja, nein, nein. Kannst du aufsammeln. Aber die Karte, die haut wirklich... Der drin steckt nicht. Oh, ja. Die Karte scheint wirklich ein bisschen buggy zu sein. Irgendwie ist nicht wundern über diese Hausmarkierungen da. Das ist einfach noch von dem alten Surfer. Oh, oh, lauft! Ameisen, hinter uns! Können wir die nicht töten, die Ameisen und Tame? Oh, gleich hier steckt! WTF? Okay, weg. Wir rennen weg, oder? Was machen wir? Können wir die Tame? Oh, aha. Wow! Hat einer gekillt? Ich hab drei schon gekillt. Ja, und der... Mein Tilo ist der größte. Ich liebe dich. Ich hab zugeschaut. Ich bin aber vergiftet hier. Droppen die Chitinen? Okay. Die dürften eigentlich Chitinen drauf, ja? Wo sind die, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Hier. Rennen noch welche rum an der Arbeit. Ah, Chitinen. Nice, 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 nice. Nice, nice. Aber okay, das ist aber cool. Da haben die wahrscheinlich mit Absicht die Ameisen hinzugefügt, damit man noch mehr Schitinen fahren kann. Weil nur die Skorpione war ein bisschen wenig gewesen. Ey, vor allen Dingen dürfen wir jetzt hier durch die ganzen... Wir haben hier irgendwie zehn Viecher gekillt, dürfen wir alle noch Schitinen für Rüstung haben. Nice. Ich hab null dazu beigetragen. Muss man auch mal dazu sagen. Ja, aber ihr müsst zugeben, es war gut, dass ich das komische Viechter geteilt habe. Der war super. Sehr gut, sehr gut. So, du brauchst dann auch mal wieder mal Lob, ne? Sehr langsam. Okay. Bitteschatz. So, Kriptebel. Hm, den brauche ich jetzt noch für die Rüstung. So, also ich dürfte jetzt aber auch meine 100 Chitinen haben. Ah, die kann man auch noch unter Schmiede machen, oder was? Ja. Okay. Ja, aber wir müssen uns in der Schmiede gucken. Lass mal mal zurücklaufen. Äh, weiß einer, wo es lang geht? Ne, ich lauf schon. Also, ich bin schon mal am Strand, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Äh, 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 das ist... Ah, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. Oh, wirklich. Nein. Na komm, den können wir ja eigentlich eben mal tame. Ich hab doch noch Fleisch da. Den tame ich jetzt. Was hast du denn? Hallo. Ja, ich hamschotte diese komischen fliegenden Finger. Und eine Arme esse, schon wieder. Deck mich, geht's weg, ihr Arme esse. So. Inventory. Und ein Rieswüngefleisch. Lass einfach ab, das geht schon. Ah, jetzt hat's funktioniert. Wuhu. Alter, der hat ein Fleisch gegessen. Ja. Maxi hat auch ein Fleisch, äh, äh, die Note halt. Zwei Fleisch, äh, Dillo. Ja. Vielleicht sollten wir die namentlich, äh, hier, Lutzbeam und, und Serksdillo nennen, das wird ihm bisschen auseinanderhalten. Ja, können wir machen. Beamen. Also, mein Einfleisch-Taming bleibt so. Aber das ist ganz schön unkreativ, eigentlich. Na, Lutzdillo eins, Lutzdillo zwei, und so weiter, und so weiter. Beamen. Okay, wir werden so einen runden Verschleiß haben. Dillo eins. Also, wenn wir fünf Dilos haben, mach mal einen T-Rex, okay? Jo. Schauen einfach mal. So, cool, Leute. Also, ein Fleisch hat ausgereicht. Es hat jetzt noch ein bisschen gedauert, bis er Hunger hatte. Aber dann, ein Fleisch, und er war satt. Der Gude. Darum wollte ich jetzt auch so was nehmen, wie schnell zufrieden. Äh, leicht zufrieden zu stellen ist, aber. So, ähm, jo, schön, ich bin am Strand, aber ich weiß nicht mehr. Ah, der zweite ist fertig hier. Ist er wieder hinten? Äh, willst du den haben, sagst, dann nehme ich den anderen hier am Wasser. Ja, ich habe ihn gerade mal benannt. Ja, sogar so ein scheiß Nebel hier. Alter, warum ist der Level 8? Warum hast du mir Level 8 Dillo gegeben? Das ist ja... Ah, hier ist er. Wunderbar. Cool. Ich habe mich rechts gefunden, hier. Nein, 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 nein. Ja, Low Level Dillo, die interessieren ja keinen. Ist egal. Habe ich den falsch geschrieben? Du hast den Dildo genannt. Ah, ne, Dildo, Dildo ist falsch, ne? Das passt schon. So, pumpen wir sie mal mit Fleisch voll. So gut, lass mal zum Lager, ich will ne Chitinrüstung haben. Ja, zum Lager ist, da vorne. Kannst laufen rüber auf. Ich seh nix. Nebel. Krass, was ist das für ne Armee jetzt hier? Richtung Säule. Säule. Okay. Ich hau mal ein bisschen Fleisch bei euch rein, ich hab noch 300 irgendwie über. Jo. Ah, da hinten ist es. Okay. Hier, da ist auch noch... So gut Leute, ich mach jetzt ne schnelle Chitinrüstung und im Anschluss werden wir direkt loslegen, losziehen und uns dann erstmal irgendwelche schnellen Reittiere besorgen. Fliegen hätte ich eigentlich auch Bock, eigentlich so zu dritt. Eigentlich wär das noch cooler. Aber das haben wir noch nie gemacht. Aber du brauchst für jeden Zattel-Eisen. Okay, aber gut. Was meint die Rüstung hier? Inventory. Ah ne, das ist... Wo mach ich denn das jetzt? Hier mach ich das so. Inventory. Rüstung. Cheat-Team. Juhu, ich kann's machen. Ich hab's ja schon gelernt. Craft-Item. Z. Ich kann keinen Helm machen. Scheiße. Ähm, egal. Dann mach ich da einen, dann kannst du den aufsetzen. Helm ist in der Warteschleife. Nice, 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 nice. Schau mal meinen Cheat-Team auch gleich mal mit rein, hier. So, ja. Das ist krank. Ich bedenke, wie ich auf dem Server Cheat-Team gefahnt habe mit dem Tiger, den Berg umwandelt habe, dass da endlich mal irgendwas rauskommt und hier haust du eine Fliege um und nimmst mal kurz 200 Cheat-Team raus. Jo, deswegen ist das ja auch der Fun-Surfer. Und ein kleines Experiment. Das ist so gut. Cheat-Team-Rüstung anziehen. Jo. Die hab ich ja schon an gerade. Aber ich stell mir das jetzt auch beim Bauen dann sehr viel interessanter vor. Man kann halt dann das viel krassere Scheiß schnell aufbauen und so. Und das ist halt auch zum Zuschauen, glaub ich, cooler. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass wir es immer so machen werden, aber ich find's gerade supergeil so. Schön. Jo. Gute Laune. Komplett ausgerüstet. Ich dachte ja noch, ob das mein zweiter Dillo hier getamt ist. Und dann... Dann weg mal durch. Jo. Wieder da. So, wollen wir los machen? Jo. Jo. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Woher dann? Wo gehen wir hin? Ähm... Mitte der Insel, ja? Oder die läuft vor. Jo, ich lauf vor. So, und wir haben immer schön Ausschauhelden nach... ...Raptoren... ...oder so. Was sind das da vorne? Ein... ...so komischer... ...ein Low-Leveler hat hier. Naja, der ist halt kack. Ein Pflanzenfresser. Ja, und? Wollen wir es wirklich haben? Wollt unbedingt Graptoren haben oder was? Ja, wir wollen irgendwas haben, was cool und fleischig und... ...und... T-Rex. Also am liebsten hätte ich ja was zum Fliegen eigentlich. T-Rex. Kannst du eine Libelle mit einem Schuss runterholen? Also ich jedenfalls. Aber ich hab auch 15. Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Ja, die Diros, die sind ja gerade am eskalieren. Ah, wie geil.